Wie lange dauert es, bis wir sehen, wenn ein Techtelmächtel stirbt? Danke, Marie, für die Frage. Wir testen uns heute mit meinem Sim, die gerade zur Seniorin geworden ist. Und wir brauchen immer Freiwillige. Vielen Dank, dass du mich bei meinem Experiment unterstützt. Oder auch nicht. Dann machen wir es mit Mortimer. Aber einmal ist kein Mal. Was hier absolut keinen Sinn mehr gibt. Aber egal, wir starten direkt das zweite Techtelmächtel. Diesmal aber im Bett mit Zeugen. Und langsam wird es gefährlich. Und zwar bei beiden. Aber alle guten Dinge sind drei. Wir haben jetzt ein Techtelmächtel im Whirlpool. Schön, die ganze Nachtverschaft ist dabei. Und Leute, sie stecken im Whirlpool. Sie haben beide fatale Vorausgabung. Das heißt, sie würden jetzt eigentlich sterben. Nicht mal die Nachbarn können ihnen helfen. Und Mortimer ist einfach gestorben. Aber mein Sim.